Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Dieses Döschen hier ist heute Morgen per DHL Express bei mir angekommen, damit ich schnellstmöglich gucken kann, ob dieses Ding auch taugt. Ich habe noch keinen Kopf gebaut, ich habe es noch nicht mal aufgemacht. Das machen wir jetzt alles zusammen. Wir machen mal die Dose auf, wir gucken uns an, wie das drinnen aussieht, wir bauen einen Kopf, wir machen Kohle an und dann rauchen wir das Ding. Der Blaze LimeHype, der erste, beziehungsweise das erste Video zu Blaze, das erste Mal, dass ich den fertigen Blaze rauche und alles neu, alles neu. Blaze Dark Blend, wir gucken es uns an. Let's go. So, und dann gucken wir uns das Döschen doch auch als allererstes mal an. Obendrauf sehen wir schon mal ein kleines Design, Blaze LimeHype, so heißt die Sorte offiziell. Und vorne drauf sehen wir nochmal ein kleines Logo, beziehungsweise nochmal die Grafik. Ansonsten steht hier nicht mehr so viel drauf, da stehen noch so ein paar Daten und Fakten. Die Adresse eben von der Marke Blaze, vor jedem Gebrauch gut durchmischen, das wissen wir. Designed in Köln, made in Berlin. Der Verkauf Konsum unter 18, bla bla bla, das wissen wir alles. Kann ja nicht an unter 18-Jährige verkauft werden. Und der Tabak ist so stark, dass du auch im Krankenhaus landen kannst. Ich würde sagen, wir machen das Ding einfach mal auf. Ich habe, wie gesagt, noch nicht aufgemacht. Okay, wir haben da so eine kleine Metallfolie. Würde ich sagen, die machen wir auch direkt mal ab. Okay, hängt recht wenig dran. Und dann sehen wir schon direkt einen sehr, sehr feinen Schnitt. Und dass das Ganze sehr, sehr dunkel ist. Das sehen wir da auf jeden Fall sofort. Ja, ich glaube, da muss ich tatsächlich gleich auch die Kamera ein bisschen heller drehen, damit ihr das seht. So, hier einmal noch ein bisschen der Close-Up, wie das eben aussieht, wie der Tabak da drin liegt. Aber wirklich sehr, sehr feiner Schnitt. Also, das ist ja fast krasser als Must-Have vom Schnitt her. Das finde ich schon wirklich heftig. Na, also, wenn wir uns den hier nochmal angucken, den Schnitt, der ist wirklich krank fein. Aber ich denke, das sehen wir jetzt auch direkt nochmal beim Kopfbau. Und zu dem kommen wir auch einfach als nächstes direkt. So, wir schnappen uns hier den Liddle Prack Head, heißt der. Und ich rühre nochmal einmal die Dose ordentlich um. Okay, es ist schön. Es ist auf jeden Fall schön matschig. Feuchtigkeit, schauen wir mal. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Also, soweit ich das jetzt hier sehe, haben wir wirklich kein bisschen überschüssige Molasse auf dem Dosenboden. Hier und da tatsächlich doch mal ein winziges Ästchen, aber definitiv nichts Wildes. Also, Tabakqualität sieht hervorragend aus. Kann man nicht anders sagen. Der Geruch, der mir hier schon in die Nase steigt, ist auch sehr, sehr nice. Ich bin sehr gespannt. Wir bauen uns mal das Köppchen. Umgerührt haben wir. Dann nehmen wir mal hier die erste Gabel von dem Tabak und streichen die hier rein. Ist übrigens ein hundertprozentiger Burley, der im Endprodukt 4,3% Nikotin ungefähr haben soll. Am Anfang hieß es 5, das waren aber sozusagen die Blätter, die Tabakblätter. Ist dann im Endprodukt nochmal ein bisschen runtergegangen, weil das ja noch durch Homogenisatoren läuft und noch gekocht werden. Hast du nicht gesehen. Also, ganz, ganz wilde Verfahren da auf jeden Fall am Start. Im Endeffekt sind 4,3% Nikotin drin, was auch nicht gerade wenig ist. Und ich habe noch nicht wirklich gefrühstückt. Ich habe mir nur ein Wildfood reingeballert. Könnte schon ein lustiges Review jetzt werden. So, ich baue den mal nicht zu hoch, weil der eben so krass fein ist. Und da habe ich dann eben Angst, dass wenn man den jetzt in einem heftigen Vollkontakt raucht, A, dass er mich wegscheppert und B, dass der Durchzug richtig scheiße wird, weil da die Luft nicht zirkulieren kann. Deswegen machen wir das lieber so. So, wir verteilen dann noch den Rest hier ein bisschen. Gucken, dass nichts auf dem Rand liegt. Gucken, dass alles schön verteilt ist. Gleichmäßig im ganzen Kopf. Gehen dann nochmal über den Rand und gucken, dass da keine Tabakfetzen draufhängen. Und dann sind wir aber auch schon fast fertig mit dem Kopfbau. Wenn ihr euch hier mal meine Finger anguckt, dann seht ihr auch schon, dass die gut eingesifft sind. Und dass das Ganze so eine richtige, man könnte das fast sagen, wie so eine Darkside-Farbe hat. Also es ist so ein bisschen, von der Molasse her wirkt das schon wie Darkside. So, einmal die Gabel sauber machen, die Hände sauber machen. Und ganz wichtig, den Rand vom Kopf sauber machen. Da muss man aber aufpassen, weil der so rau ist. Sonst ballert man sich da das ganze Zehwartrand kaputt. So, und dann haben wir unser fertiges Köpfchen gebaut. Ich würde sagen, ich schmeiße mal Kohle an und dann let's go. Oh, ich bin so gespannt. So, die Kiste ist an. Der Blaze Limehype. Ein Limette-Tabak von einer neuen Marke Blaze. Von Jungs, die man aber schon kennt. Da stecken die Jungs von Hukain dahinter, die jetzt den ersten Dark Blend made in Germany auf den Markt gebracht haben. Beziehungsweise gibt es da noch einen anderen, der vielleicht sogar noch ein bisschen zuvorkommt. Wir schauen auf jeden Fall mal. Aber die zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Das andere Video, der andere Dark Blend, von dem ich da rede, da kommt das Video am Freitag dazu. Heute aber der Limehype von Blaze. Blaze ist wie gesagt eine Marke von Hukain. Die Jungs haben eine komplett neue Fabrik in Berlin aufgebaut. Und der Johannes, ein Marketing-Genie, hat natürlich wieder genau die passenden Worte gefunden. Das Ding läuft durch Homogenisatoren mit 250 Bar, dies, das. Also ganz, ganz wild. Soll alles dafür sorgen, dass der Tabak, obwohl er 100% Burly ist. In vielen anderen Dark Blend Mischungen ist auch immer noch ein bisschen Virginia drin. Das ist 100% Burly. Der Ausgangstabak hat 5% Nikotin. Das Endprodukt soll 4,25% Nikotin haben. Es kam ja vor einiger Zeit Black Horus auf den Markt, der auch sehr stark war. Ich glaube, der sollte 4% Nikotin haben. Und der Blaze ist dementsprechend auch ein kleines bisschen drüber. Durch diese ganzen Verfahren soll aber das etwas schwerere, mit dem Throat Kick verbundene Rauchverhalten von Burly so ein bisschen ausgeglichen werden. Und das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht werden. Ich habe die Blaze-Sorten ja bereits in Spanien getestet. Das waren aber natürlich alles Prototypen. Allein wenn man sich da jetzt den Schnitt anguckt, also falls ihr die Storys aus Spanien gesehen habt, wisst ihr, der Schnitt war eher so, naja. Und jetzt ist er halt ultra fein für so ein Lit-Lip oder so. Meiner Meinung nach absolut perfekt. Ihr habt den Kopfbau gesehen. Das lief wirklich krass. Also wunderbarer Kopfbau, kaum Ästchen, sehr, sehr nice Tabakqualität, keine Molasse unten in der Dose, aber schön feuchter Tabak. Erinnert wirklich so ein kleines bisschen an Must-Have, nur dass das Ganze ein bisschen weniger feucht und ein bisschen weniger klebrig ist. Ob das stimmt, dass der Tabak wirklich smoother läuft als vergleichbare Darkblends, das gucken wir uns heute auf jeden Fall mal an. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt nur ein Y-Food gefrühstückt und ich glaube, das Ding wird mich jetzt komplett aus dem Leben nehmen mit seinen 4,25% Nikotin. Aber das muss uns einfach mal überraschen. Wir nehmen mal ein paar Züge und gucken uns erstmal die Rauchentwicklung an. Ist ein bisschen heiß geworden, habe ich jetzt recht lange gequatscht. Man hört auch, also ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich höre es auf jeden Fall. Wir haben ein leichtes Kopfknistern auf jeden Fall am Start. An sich natürlich nichts Schlimmes. Könnt ihr nur darauf hindeuten, dass er ein bisschen heiß ist. Ich habe ihn mit drei Kohlen angeraucht, also zweieinhalb und habe jetzt zwei drin. So, das Ganze nochmal ein kleines bisschen runtergekühlt und dann nehmen wir mal die ersten Züge. Als er eben zu heiß war, hatte ich einen leichten Throat Kick. Jetzt mit ein bisschen Pusten und wieder ein bisschen Abkühlen läuft das Ding wirklich butterweich. Also man hat wirklich kaum das Gefühl, dass man wirklich so etwas Starkes raucht. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt vielleicht 15 Züge von dem Kopf genommen und ich merke es. Also wie gesagt, ich habe auch nichts gefrühstückt. Aber das Nikotin ist auf jeden Fall am Start. Also Leute, die nicht schon anderen Dark Blend geraucht haben, sollten hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber Rauchentwicklung, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das läuft auf jeden Fall. Der Blaze soll für 19,90 Euro auf den Markt kommen und wäre damit der erste Made in Germany Dark Blend. Beziehungsweise, wie gesagt, kommt da vielleicht noch was anderes. Aber es ist vor allem auch der günstigste Dark Blend, der auf den Markt kommt. Made in Germany, geile Qualität. Aroma gucken wir uns gleich noch an. Aber 19,90 Euro ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr nice Aussage. Wir wissen aber auch, dass sich das ab dem 01.01.2021 wegen der Steuererhöhung natürlich noch ein bisschen verändern wird. Schaut da gerne nochmal mein Video zu der Steuererhöhung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Lime Hype ist die erste Sorte, die ich da habe. Die Jungs produzieren das nacheinander. Das heißt am ersten Tag den Lime, dann den Cola und so weiter, bis dann alle vier Sorten produziert sind. Also als erstes kommt Limette, der Lime Hype. Dann kommt Coca-Coala. Das ist ein Cola-Tabak, der relativ würzig war. Da bin ich auch aufs finale Produkt jetzt gespannt. Batlouva, das soll so eine Art Pistazie sein, also Richtung Baklava, eine süße Pistazie. Und es kommt noch der White Heaven. Das soll sozusagen der White Cake interpretiert auf Dark Blend sein. Und die fünfte Sorte, die ist auch schon in Planung. Das konnte ich auch schon in Spanien probieren, den ersten Prototyp. Wird auch sehr, sehr nice. Aber schauen wir mal, wenn das Ding dann wirklich draußen ist. Heute haben wir den ersten am Start, den Lime Hype. Rauchentwicklung haben wir gesehen. Das läuft. Ich würde sagen, Schnitte Feuchtigkeit haben wir auch schon drüber geredet. Wir kommen mal zum Geruch. Was soll das Ganze sein? Eine Limette. Und wenn ich hier die Dose aufmache, dann kommt die mir auch direkt entgegen, ohne dass ich mir die Dose überhaupt unter die Nase halte. Und wenn wir da dran riechen, es schwingen leichte Noten von einem Grundtabak mit. Aber wirklich schön dezent im Hintergrund. Es ist ein Dark Blend. Es will ein Dark Blend sein. So ein bisschen Grundtabak gehört da meiner Meinung nach einfach dazu. Das macht so ein bisschen die Charakteristik von Dark Blend aus. Aber im Vordergrund eine leckere, spritzige, saure Limette, die meiner Meinung nach aber nicht so überspitzt wie zum Beispiel im Green Lines, sondern ein wenig natürlicher gehalten wurde. Würde mich interessieren, ob es dasselbe Aroma ist und sich das Aroma durch dieses Homogenisationsverfahren da ein bisschen verändert hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es dasselbe ist. Aber sehr leckeres Limettenflavor, das da beim Geruch rüberkommt. Das ist viel wichtigere als der Geruch. Wir haben übrigens auch so eine ganz leichte Kühle. Offiziell wurde da nichts gesagt von Kühle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ein kleines bisschen was Kühles drin ist. Aber wirklich ganz, ganz minimal, wenn überhaupt. Der Geruch beiseite. Haben wir abgehakt. Wir ziehen noch ein paar Mal und dann kommen wir zum Geschmack. Läuft wirklich immer noch butterweich, also wirklich kaum throated, also nicht mehr als bei einem Virginia-Tabak. Was wirklich erstaunlich ist, weil purer Burley, 4% Nikotin, über 4% Nikotin, 4,25. Das ist schon wirklich eine Ansage. Und dafür läuft es wirklich sehr, sehr angenehm. Also da liegt so ein bisschen die Gefahr drin. Man kann den sehr einfach rauchen. Aber ich glaube, Leute, die nicht an Tabak mit viel Nikotin gewöhnt sind, für die wird das dann schon so ein böses Erwachen, wenn auf einmal das Nikotin kickt. Geschmacklich ist es ähnlich wie im Geruch. Wir haben einfach eine schöne, intensive, leckere Limette. Vollkommen im Vordergrund. Es ist genau, was es sein will. Ein leckerer Limetten-Tabak. Da kann man gar nicht so ultra viel erzählen. Es ist wie im Geruch, dass es eben nicht diese komplett übertriebene, intensive, krasse Limette vom Green Lean ist, sondern wir da eher so ein bisschen was abgerundeteres haben. Es fühlt sich ein bisschen natürlicher an. Es ist wie gesagt nicht so komplett überspitzt, sondern etwas natürlicher gehalten. Trotzdem eine schön intensive Limette mit am Start. Es kommen mini, minimale Grundtabaknoten, Darkblend-Noten mit. Aber wirklich sehr, sehr wenig, was ich auch für einen Darkblend sehr beeindruckend finde. Da gibt es andere Kandidaten, da schmeckt man deutlich mehr Darkblend raus. Bei den Blaze ehrlich gesagt kaum. Was auch gut so ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Blaze eben ein Darkblend sein wird, der viele Leute mal zum Darkblend-Rauchen überreden könnte. Und durch dieses super angenehme Rauchverhalten und den natürlich leckeren Geschmack ohne viel Grundtabak könnte das eben sehr, sehr interessant sein, auch für Leute, die sich langsam mit Mischungen an das etwas höhere Nikotin von Darkblend gewöhnen wollen. Da noch kurz die Warnung. Mehr Nikotin muss nicht unbedingt was Gutes sein. Ihr solltet nicht denken, dass Leute, die Darkblend rauchen, besser rauchen können oder so. Es ist nicht unbedingt ein Vorteil, sich an mehr Nikotin zu gewöhnen, weil je mehr Nikotin, desto höher könnte auch eure Toleranz für eure Nikotinsucht werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zwei Monate nur den Blaze rauchen würdet, wäre wahrscheinlich ein Hukain oder andere Virginia-Sorten im Nachhinein relativ langweilig. Und ob das wirklich was ist, was man will, das muss man natürlich selbst wissen. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich kann euch heute nur meine ganz subjektive Meinung zu diesem Tabak sagen. Tabak ist auch immer Geschmackssache. Aber der Lime-Hype sehr, sehr lecker. Ich kann sagen, da steckt viel Marketing hintendran, wie das Ganze produziert wird. Aber ganz subjektiv im Endprodukt, es funktioniert auch einfach. Wir haben einen schönen intensiven Geschmack. Wir haben kaum drücken, kaum kratzen. Sehr, sehr wild, dass Hukain jetzt die neue Marke Blaze an den Start gebracht hat. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn er rauskommt. Das Release-Datum ist übrigens der 17.9., also es müsste übernächsten Freitag sein. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt schon testen konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr erwartet. Welche Sorte, auf welche Sorte freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.